Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Akku ist ausdauernd und kräftig wie die originalen Metabo 2A-Akkus. Zur Abwertung führen leider folgende Gegebenheiten. Der Akku ist maßlich circa 5 mm höher als das Original und steht auch zur Schrauberspitze weiter über. Im Akkuschraubergesteck passt das Gerät nicht mehr in den Metabo-Koffer. Mit originalem 2A-Akku kein Problem minus größer als 1 Sternenabzug. Der Akku passt nicht in das C60-Ladegerät, beziehungsweise nur sehr schwer und kann dann nicht mehr ohne Problem herausgezogen werden. Die Adapterplatte zur Vermeidung des Fallsteckens muss demontiert werden. Damit der Akku ins Ladegerät passt minus größer als 1 Sternenabzug. Nach Gebrauch muss der Akku circa. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.